Die Sony HT-CT800 ist eine exzellente Soundbar, die mühelos die Kernqualität Ihres Fernsehers verbessert und Ihnen das Tor zur Nutzung unzähliger Musikinhalte im Internet eröffnet. Zudem überzeugt Sie durch ein schlankes, minimalistisches Design, das hervorragend zu Ihrem Fernseher passt. Dank der Kompatibilität mit den erstklassigen Audio-Kodex Dolby True HD und DTS Master Audio können Sie in Ihrem Wohnzimmer eine Klangqualität wie im Kino erleben. Da unsere S-Force Pro Surround-Technologie das Klangerlebnis in einem Kino mit Surround-Sound virtuell nachbildet, werden Sie sich vorkommen, als wären Sie mitten in der Handlung dabei. Dieses Gefühl wird durch den kräftigen Bass des mitgelieferten kabellosen Subwoofers weiter verstärkt. Dank Unterstützung der kabellosen Surround-Technologie können Sie zudem kabellose Lautsprecher von Sony anschließen, um einen besonders authentischen Surround-Sound zu erreichen. Das Gerät ist nicht nur eine Soundbar, sondern auch ein eigenständiger kabelloser Lautsprecher, der Musik streamen und zu Ihrem kabellosen Multiroom-System hinzugefügt werden kann. Dank der Unterstützung von Chromecast Build-In genügt es, in Ihrer bevorzugten Musik-App wie Deezer oder TuneIn die Cast-Schallfläche zu betätigen, um Musik direkt wiederzugeben oder Titel in hervorragender Qualität von Spotify über Spotify Connect zu streamen. So schonen Sie die Akkus Ihres Geräts, können andere Dinge erledigen, während Sie Musik hören oder auch den Raum verlassen, ohne etwas von dem gerade gespielten Song zu verpassen. Dank unserer kabellosen Multiroom-Technologie ist es möglich, Ihr gesamtes Zuhause mit Ihrer Lieblingsmusik zu beschallen. Mithilfe der kabellosen Multiroom-Wiedergabe über unsere Songperl-App für Smartphones und mit einem beliebigen Lautsprecher von Sony bzw. einem mit Chromecast Build-In kompatiblen Lautsprecher können Sie Musik überall im Haus abspielen. Hören Sie dieselbe Musik im ganzen Haus oder spielen Sie in jedem Raum einen anderen Song ab? Sie haben die Wahl. Dank Ihres attraktiven, minimalistischen Designs bildet dieses Soundbar eine harmonische Ergänzung zu Ihrem Fernseher, ohne den unteren Bereich des Fernsehbildschirms zu verdecken. Ein weiterer Vorteil ist die intelligente 4K-HDR-Pass-Through-Technologie, die Ihnen erlaubt, Ihr 4K-Gerät direkt an die Soundbar anzuschließen, sodass Sie in den Genuss einer fantastischen Audioqualität kommen, ohne an Videoqualität einzubüßen. Erreicht wird dies, indem die Soundbar das 4K-HDR-Videosignal direkt an den Fernseher leitet. Mit der Soundbar HTC D800 betreten Sie eine völlig neue Welt der Unterhaltung mit verbesserter Audioqualität und nahtloser Musikwiedergabe. Zudem ist die Soundbar optisch hervorragend auf Ihren Fernseher abgestimmt.